Einen florischen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich euch wahrscheinlich das beste Labi-Mod-Add-On für ganz Griefer Games vor. Ich benutze das Add-On zwar noch nicht so lange, aber seitdem ich das entdeckt habe, nutze ich das jeden Tag, weil das so viele Features hat. Das Ding macht das einfach gefühlt besser als Mystery-Mod, habe ich das Gefühl. Die Rede ist von Griefer-Utils. Ich habe auch die Beta-Version, bedeutet, ich habe ein paar mehr Optionen, als die normale Version hat. Das Ding hat so viele Features, das ist einfach nur krank. Fangen wir mal ganz oben beim Chat an. Hier haben wir zum Beispiel, ich werde jetzt nicht alles vorstellen, nur das, was ich empfehlen würde, beziehungsweise das, was ich selber aktiviert habe, sonst würde das Video einfach zu lang gehen. Was ich aktiviert habe, ist dieser Anti-Common-Schocker, bedeutet, wenn wir hier uns einfach verschreiben, das Ganze wird im Chat nicht gesendet, etc. Damit, ja, sparen wir uns ein paar Gelächter im Chat. Wenn man live ist, natürlich nicht ganz so praktisch, aber wir können hier auch den Chat aufhellen, automatisch entnicken, Befehle loggen, so ein Befehlsradial-Menü machen. Bedeutet, ja, ich habe das hier gerade auf Minus, ich kann das Ganze mal aktivieren. Bedeutet, wenn ich jetzt Minus mache, kann ich hier eben so ein Menü eben öffnen. Brauche ich jetzt nicht, wer es will, kann es gerne machen, ich brauche es nicht. Dann den Chat aufräumen, das ist so Erleichterung. Für wirklich viele Clear Chat habe ich zum Beispiel, also der Clear Chat passiert natürlich noch im Chat, aber er wird bei euch nicht mehr angezeigt. Bedeutet, der Chat läuft einfach ganz normal weiter. Hier kann man noch Supreme-Lehrzeichen entfernen. Stream-Benachrichtigungen habe ich jetzt aus, weil ich die gerne noch erhalten möchte, damit ich weiß, zum Beispiel, wenn ich gerade im Discord nicht schauen kann, In-Game kommen dann die Broadcards und wenn ich sehe, oh, bei dem werde ich den Stream einschalten, dann klicke ich da einfach drauf, fertig. Download-Benachrichtigungen für Mystery-Mod oder Lucky Block-Benachrichtigungen brauche ich eigentlich nicht wirklich. Deswegen aus Mystery-Mod, wenn man aus bestimmten Gründen nicht mit Mystery-Mod spielt, dann bietet sich das einfach nur an, eben hier zu aktivieren. Case-Opening-Benachrichtigungen möchte ich zum Beispiel noch haben. Die News kann man hier auch eben noch umstellen. Das Ganze ist bei mir gerade irgendwie etwas abgehakt, auf jeden Fall sehr praktisch. Was ich hier noch an habe, ist das Chat-Menü. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier auf eine Nachricht zum Beispiel von, wir hatten hier was geschrieben, das sind alle Status, aber geht auch, wenn ich hier jetzt beim Rise-GG eben Rechtsklick auf die Nachricht mache, können wir hier das Profil zum Beispiel öffnen. Da sehen wir Clan, Rang, etc. Oder wir können ihn auch im Forum suchen. Wenn ich jetzt draufklicke, dann kommt über die Suche sein Name und dann sehen wir schon, ah, hier gibt es eine Eröffnung von einer Beschäftigung, der ich hier nicht mehr darauf eingehen will. Eine Echtgelderkennung, das fügt einfach hinter einer richtigen Überweisung noch in eckigen Klammern so einen Haken hin. Bedeutet, da wisst ihr auf jeden Fall, das ist eine richtige Überweisung, das ist kein Fake-Money. Interagierbare Nachrichten bedeutet zum Beispiel, ihr könnt einfach auf die TP-Accept oder TP-Dandy-Nachricht draufklicken und dann wird das ausgeführt. Hier haben wir noch ein paar nebenbei andere Beispiele oder Kopf von Nachrichten. Ihr seht es auch hier unten links. Hier wird einfach der Kopf von der jeweiligen Person vor dem Clan bzw. vor dem Name-Tag eben noch angezeigt. Finde ich, nettes Feature, nettes kosmetisches Item-Feature, wie man es nennen will. Ich habe es aktiviert, muss man natürlich nicht, aber lange Nachrichten aufteilen kann ich nur empfehlen. Mich hat das immer genervt, dass auf einmal die Zeile zu Ende ist. Problem? Gelöst. Ihr gebt einfach euren ganz normalen Text ein und wenn er einfach zu lang ist, wird er in zwei Abschnitten in den Chat gesendet. Hier haben wir noch ein paar andere Spielereien. Das Einzige, was ich hier noch anhabe, ist Warnung bei Plot-Greeting. Bedeutet, wenn ich jetzt auf einen Plot mit einem Plot-Greeting draufgehe, sehen wir hier schon am Ende der Nachricht in eckigen Klammern, diese Nachricht stammt von einem Plot-Greeting. Es gibt auch noch, wenn man zum Beispiel auf einem anderen Server ist, diese Nachricht stammt wahrscheinlich von einem Plot-Greeting. Hatte ich auch schon. Damit wisst ihr Bescheid, falls euch auf einmal ein Owner anschreibt. Wenn ihr auf einen Plot gegangen seid, hatte ich auch schon in dem Stream von jemandem mitbekommen. Der hat sich dann gefragt, hä, abge... was, wie, wo? Und jeder hat sich gewundert, hä, abge ist überhaupt nicht da. Das war auch so eine nette Geschichte. Beim zweiten Menüpunkt Item habe ich zum Beispiel Bücher fixen an. Das ist richtig geil. Die meisten sollten die alten Bücher noch kennen. Ich habe hier zum Beispiel ein Geschenk von Zwieback-Gesicht. Kopier das Original ist so einer der bekanntesten Bücher auf Gruver Games. Und wenn ich jetzt rechtsklick drauf mache, das sollte an der Stelle nicht passieren. Übrigens, du hast ein Feature hier, das eben... Ihr seht schon, die Hotbar läuft runter auf 0 Sekunden. Das Ganze ist eben auch ein Feature, zeige ich euch gleich. Mich wundert es nur gerade, dass ich vom Server gekickt wurde. Ich hatte gerade das Video schon mal aufgenommen. Und das funktioniert. Und sonst funktioniert es auch eigentlich. Wenn ich jetzt hier links klicken mache, dann kann ich das rausnehmen. Das aber nicht. Da gibt es einen Schutz. Und wenn ich rechtsklick drauf mache, jetzt funktioniert es auf einmal. Vielleicht, weil ich wie ein Behämmeter gerade zwei, drei Mal drauf gehauen habe. Das könnte natürlich sein. Und dann haben wir eben den Inhalt dieses Buches. Dritter Punkt, Render. Da, das ist ja recht kosmetisch. Barrierenanzeigen kann man, wenn man baut, auf jeden Fall anmachen. Brauche ich eher weniger. Die Clan-Tags bedeutet, über meinen Namen wird ja jetzt mein Clan angezeigt. Habe ich immer an. Finde ich auf jeden Fall auch eine Sache. Kann man auch immer anhaben. Flugbahn brauche ich nicht. Fulbright habe ich an Kopfverzauberung. Das Ganze ist ja dafür da. Im normalen Fall sieht man ja die Verzauberung an einem Kopf, wenn er welche hat. Nicht. Das Add-On macht es möglich, dass eben diese Verzauberung wieder angezeigt werden. Hier können wir noch Licht-Bugs und Licht-Level anzeigen. Ich habe jetzt den Name-Tag mit Prefix aktiviert. Das bedeutet, bei einem normalen Add-On, was ich im letzten Video vorgestellt habe, da wird ja jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Prefix drin hätte, hier YouTuber in dem normalen Prefix angezeigt, aber der Name eben nur einfarbig. Das Add-On macht es so möglich, dass auch mein Name in dem richtigen Prefix komplett angezeigt wird. Zum Schluss, wo ihr noch drin habt, sind die Overlays entfernt. Zum Beispiel Feuer-Overlay-Übelkeit. Ich wüsste auch nicht, warum ich das deaktivieren soll. Mir geht das eigentlich recht auf den Sack, deswegen habe ich das ausgemacht. Vierter Punkt Spieler, gibt es auch ein paar Spielereien, automatisch nicken wir in der FK oder automatisch essen. Das brauche ich sowieso nicht, ich habe nur Hunger-Perk. Das macht es durch ein anderes Add-On, was ich im letzten Video auch gezeigt habe. Um rechts auf WI könnt ihr euch die anderen Add-On-Scamer anschauen. Man kann automatisch printen, weiß ich nicht, ob man das unbedingt aktiviert haben muss. Bankguthaben kann man im Scoreboard auf jeden Fall anzeigen lassen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Orb-Guthaben, das finden wir hier unten. Diese blaue Perle, das habe ich aktiviert. Jetzt sehe ich 29 Millionen Orbs, habe ich gerade auf dem Konto. Kann man anhaben, muss man nicht. Ich habe zum Beispiel das Bankguthaben nicht an. Brauche ich jetzt nicht, will ich auch gar nicht. Man kann interagierbare Profile möglich machen, dass man zum Beispiel, wenn man auf den Kopf des Spielers klickt, dass man auch die Clan-Info bekommt. Oder wenn man auf die City-Build-Anzeige kommt, dass man plötzlich auf den City-Build switcht. Ich habe hier auch noch ein sicheres Sneaken an. Das bedeutet, manchmal fährt man ja trotz Sneaken einfach von der Kante des Blocks. Damit das nicht mehr passiert, machen wir eben das hier an. Wir haben noch eine Trusted-MM-Liste und eine lokale Scammer-Liste. Darin brauche ich nicht, da ich das durch ein anderes Scammer-Radar-Add-On hier gefixt habe. Deshalb brauche ich das schon mal nicht. Und der letzte Punkt, die Welt. Da haben wir Adventure-Verbessern. Ich liebe diesen Punkt. Macht das Ding wirklich an. Wenn wir jetzt mal beispielsweise zum Spawn gehen und zum Adventurer, normalerweise wollen wir unsere Coins anzeigen lassen. Und da steht ja, wenn wir über 64 bzw. mindestens 64 haben, nur noch dieser Stack. Dank dem Add-On zeigt es uns die richtigen konkreten Adventurer-Coins an. Zum Beispiel sieht man, ich habe 346 Adventurer-Coins. Man kann auch, wenn man auf den Server-Joint automatisch slash Portal eingeben lassen, brauche ich jetzt nicht. Man kann Chunks geladen lassen, wenn man das braucht. Braucht ich sie jetzt beispielsweise nicht. Normalerweise werden die Chunks entladen. Das kann man hier deaktivieren, brauche ich aber nicht. Das wird, denke ich mal, auch mehr Serverleistung in Anspruch nehmen. Man kann interagierbare Plotschilder aktivieren. Ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt auf dieses Plotschild gehe, dann wird automatisch slash PI ausgeführt von diesem Grundstück. Ich habe hier noch die J-Bayern aktiviert. Bedeutet, wenn man jetzt beim Warp-Gefängnis ist und da ein bisschen, ja, wem auf den Geist gehen will, aber selbst nicht jetzt unbedingt da reinfallen möchte. Durch die eigene Dummheit aktiviert man das und dann kommen auf einmal unsichtbare Barrierblöcke, die man nicht durchdringen kann. Bedeutet, man fällt nicht automatisch rein. Ich habe hier noch die Kartenvorschau und die Kopfvorschau ist auch sehr nützlich. Macht eigentlich dasselbe wie Mission Mod. Wenn man auf eine Karte geht mit einem Cursor, dann wird eben der Karteninhalt angezeigt. Der Kopf wird vergrößert. Ein NPC-Klickhelfer haben wir hier drin. Bedeutet einfach, man kann die NPCs auch durch Entities, die davor sind, anklicken. Das funktioniert jetzt. Oder eben den Ohrpendler fixen. Bedeutet, wenn ihr in Home beim Ohrpendler habt, wie zum Beispiel ich, und da hingeht, dann wird er eben manchmal nicht angezeigt. Das Add-on, das fixt das Ganze. Der Ohrpendler wird dann immer angezeigt. Das ging mir auch recht lange auf die Nerven, habe ich aber dank dieses Add-ons fixen können. Hier habe ich noch einen Portal-Cooldown, habe ich euch schon gezeigt. Da wird eben eure XP-Anzeige, dementsprechend der Sekunden, die ihr noch übrig habt, eben angezeigt. Hier haben wir eben noch Redstone-Hill, Vertrichteranzeige verbessern, QR-Code-Scanner, wenn ihr ihn haben wollt. E-Found zum Beispiel nicht. Oder Verkleidung in Fit Person bedeutet, normalerweise, also hier, wenn ihr Slash-Debat eingibt, dann seid ihr jetzt eine Fledermaus. Wird natürlich jetzt so nicht angezeigt, wenn ihr hier seid. Aber jetzt, dank dem Add-on in Fit Person, seht ihr, dass ihr eine Fledermaus seid. Wenn wir jetzt Slash-UD eingeben, sind wir natürlich wieder ganz normal da. Das waren auch die Hauptkategorien. Wir haben jetzt noch Transaktionen, die wir hier speichern können. Brauche ich jetzt zum Beispiel nicht. Wir haben eine Griefer.info. Kleines Menü drin. Das bedeutet, wenn ich hier eben die Taste klick, haben wir hier so ein kleines Griefer.info-Menü mit Farm zum Beispiel. Das Ganze zeigt eben das an, was die Griefer.info-Mod auch macht. Oben rechts verlinkt, da kommt eben dieses Befehl-Menü. Ich finde das hier einfach schicker als dieses kleine Pups-Liege-Menü. Wenn man die Griefer.info-Mod nicht hat, praktisch. Aber ansonsten nutze ich das Ding nicht. Ansonsten bei den Einschränken können wir auch die Griefer.utils Nutzeranzeige machen. Automatisch updaten ist, glaube ich, sowieso automatisch an. Würde ich euch auch empfehlen. Aber wenn ich jetzt mal in die Top-List schaue, zum Beispiel Ronny Pony, äh Pony Roddy so rum, hat jetzt vor seinem Namen so eine GU-Anzeige. Und oben rechts sehen wir auch neben dem Labimod-Logo links noch eine Griefer-Utils-Anzeige, wie viel die das eben nutzen. Ihr seht schon, dieses Add-on hat es wirklich in sich. Und ich würde es euch auf jeden Fall so holen. Und in der Beschreibung verlinke ich euch den Discord, wo ihr euch das Ganze offiziell runterladen könnt. Joint auch gerne mal im Discord für weitere Infos. Klar, ab und zu paar Giveaways eventuell. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal für weiteren kostenfreien Griefer-Games-Content. Lasst eine Bewertung aufs Video da. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag wieder hier um 17 Uhr zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Vielleicht wieder zuern. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal.